Hallo, ich bin Franzi und ich bin Quatschonauti. Quatschonautis machen gerne Quatsch. Immer und überall und mit allem, was sie so finden. Mein Motto ist, willst du, dass die Leute lachen, musst du recht viel Blödsinn machen. Komm mit mir auf meine verrückte Entdeckungsreise und werde auch zum Quatschonauti. Warum? Ganz einfach. Erstens, Quatsch machen bringt andere und dich zum Lachen. Und Lachen ist gesund. Zweitens, Quatsch ist gut gegen miese Stimmung und Langeweile. Und drittens, sich Quatschideen auszudenken, ist wie Sport fürs Gehirn. Denn man muss auch mal um die Ecke denken. Also, Quatschonauti, lass dich nicht aufhalten. Und wenn Leute mal sagen, lass den Quatsch, Dann sag ihnen, sie sollen lieber mitmachen. Denn gemeinsam Quatsch machen bringt doppelt Spaß. Na dann, los Quatschonauti. Mach den Quatsch. Ach ja.